Ich heiße, wie die 90er-Baujahre hier alle heißen, Cindy. Au, du bist so blöd, Dani. Das sieht super aus. Kannst du noch zeigen, was du hast? Was du ohne Lehrstelle machst, weißt du auch nicht. Als du halt jetzt passt du ja nicht durch die Gänge und als Flugeinweiserin will sie nicht. Was sagt der Rosinenbomber dazu? Und was er nennt man hier so? Schon mal gefragt, warum deine Eltern dir Werner geschenkt haben? Der ist so hässlich, dass er völlig von dir ablenkt. Man sieht's doch überall. Deine Schwachstellen. Runter! Ich heiße Cindy. Cindy Crawford. Die ist ja kaum noch was. Nur noch Körbstomaten. Die ist so fett. Oh, ich mag das. Hast du Drogen genommen? Nee, Grausenpulver. Alex Paletti-Fatti. Verändert sich mal zum Positiven. Ah, he he. Stimmt das, dass du erst einen Millionär aus Finnland hattest und jetzt den? Denkst du, das ist was Besonderes? So was hab ich noch nie gedacht. Aber jetzt wo du sagst, fang ich damit an. Sie haben sehr schöne Augen. Ja, wollen sie das wissen, wenn sie eine Etage tiefer schieren? Wann kommst du wieder zum Schönefeld, Boulevard? Es ist auf die Probleme. Und ich hoffe, dass du wieder Probleme hast. Was ist denn das nette Schlitz-Auge anziehen die Seite? Hätte ich dir gar nicht zugetraut.